Ich bin total erleichtert. Es war ein riesen Gekämpfe und ein Hin und Her und wir haben es am Ende doch geschafft und da bin ich sehr froh drüber. Wir sind mega happy. Zweite Liga. Letztes Jahr haben wir angefangen in der Juniorenliga und jetzt schon quasi aufzusteigen direkt. Mal gucken, wie wir da ankommen und alles geben wie dieses Jahr.